Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Die Kriege des Jahres 2024 und die kommenden Monate Der neuntdimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Scranton Am 9. Januar 2024 Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben Eure Fortschritte beobachtet und freuen uns sehr, Euch sagen zu können, dass wir einen weiteren gigantischen Fortschritt für die Menschheit feststellen konnten. Wir bemerken diese Ausschläge in Eurer Gesamtfrequenz in Zeiten, in denen Ihr normalerweise mehr Herausforderungen annehmt. Und wenn Ihr dann durch die Herausforderungen hindurch geht, kommt Ihr auf der anderen Seite in einem Zustand höherer Schwingung heraus. Wie Ihr alle wisst, seid Ihr nun schon seit geraumer Zeit mit der kriegerischen Natur der Menschheit konfrontiert. Sie war direkt vor Euren Augen und Ihr musstet sie anerkennen. Das ist nicht neu. Jetzt ist es an der Zeit, dass Ihr diese Seite in Euch aufnehmt und gleichzeitig die andere Seite aktiviert, die friedliche Seite. Die Seite, die das Einheitsbewusstsein anerkennt und weiß, dass wir alle eins sind. Mit den Kriegen, die gerade auf Eurem Planeten stattfinden, habt Ihr Euch selbst die Gelegenheit dazu gegeben und diesen Aspekt von Euch in ausreichendem Maße angenommen. Ihr habt auch mehr von Eurer friedlichen Natur aktiviert, denn diejenigen von Euch, die wach sind, erkennen, dass Ihr der Frieden sein müsst, den Ihr in der Welt sehen wollt. Und so macht Ihr jetzt enorme Fortschritte für Euch selbst. Und es ist an der Zeit, dass Ihr Euch gut fühlt, wo Ihr als Gesellschaft, als menschliches Kollektiv steht, denn Ihr werdet weiterhin mit solchen Herausforderungen konfrontiert werden. Die Herausforderung, den kriegerischen Aspekt in Euch anzuerkennen, ist eine der größten, die Ihr bewältigen müsst. Und während Ihr Euch auf Eurem Weg anderen Herausforderungen stellt, werdet Ihr als Einzelne und als Kollektiv weiterhin enorme Fortschritte machen. Wir wissen, dass Ihr als erwachtes Kollektiv wisst, dass Ihr da seid, um etwas zu tun und etwas Großes zu tun. Ihr könnt Euch zwar nicht einfach in ein Kriegsgebiet begeben und alle dazu bringen, ihre Waffen fallen zu lassen, aber Ihr könnt bequem von zu Hause aus den Aspekt der Menschheit umarmen, der Kriege auslöst, den Frieden in Euch selbst aktivieren und allen Beteiligten Liebe senden. Eure Liebe ist wichtig, die Heilungen, die Ihr durchführt, sind wichtig und Euer Mitgefühl wächst mit jedem Tag und jedem Moment, an dem diese Kriege weitergehen. Ihr seid also wieder einmal diejenigen, die dazu aufgerufen sind, den enormen Unterschied zu machen, den Ihr erreichen wollt und wir sind hier, um Euch zu sagen, dass Eure Bemühungen die Wirkung haben, die Ihr wollt und dass Ihr die Gesamtschwingung der Menschheit verändert. Das wird sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn Ihr diese Arbeit fortsetzt und Euch als die Integrierten, die Veränderer, die Lichtarbeiter erkennt, die Ihr in dieser schönen Lebenszeit des Aufstiegs immer sein wolltet. Wir sind der Arktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich. Danke. Und kurze Anmerkung, ich bin wieder zurück. Seit heute Morgen habe ich wieder Internet und kann Spiritscape in gewohnter Weise weiterführen. Liebe Grüße, Euer Wolfgang Hmmm. Ich bin wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020